Jetzt schwimmen wir mal wieder ein bisschen, schwimmen wir mal ins Ziel und vielleicht kann man das Boot nutzen, das da rumsteht. Das ging immer schneller. Und den Landweg war es ein bisschen, naja, war ein bisschen erfolglos. Wir müssen mal auf der Map, das mal entfernen und da hin. Ich glaube, über den Wasserweg wird es schon viel besser laufen. Wasserspitze auf der Kamera, auch sehr schön. Eine Seefurt, die ist lustig, eine Seefurt, die ist schön. Eine Seefurt ist nicht mehr ganz so lustig, wenn die Sirenen angreifen. Schnell weg hier. An der Nordseeküste, am deutschen Strand, äh, am Nordwelen, äh, am Nord. Skellige Strand, am Nordbillige Strand. Und, sind die Wünsche, äh, irgendwas haben. Und seit dem anderen. Da müssen wir hin. Sind angekommen. Eingepaucht. Axtkämpferstiefel, wow. Sekunde. Schlimm für die Züstung, äh. Wir haben ein besseres. Wir haben Henkerstiefel. Ja, die sind besser. Gehen wir. Und die Eifern, ruhigen. Und jetzt? Flipper. Lässt du dir neue Augen wachsen, wie Wilge Forz? Ich weiß noch, als ich ihn umbrachte, da waren sie noch nicht ausgewachsen. Sahen ekelhaft aus, aber... Diesen Perversling erwähnt du wohl rein zufällig. Klar, ich habe auch von einem reichen, blinden Zwerg aus Mahakam gehört. Der hatte zwei riesige Ruine in den Augenhöhen. Okay, was haben wir hier? Was hast du hier gesagt? Ein paar Tüsen da. Ey. Lass mich kämpfen. Brotzeile mich mal nicht. Ich kämpfe. Facken Sirene. Facken, genau. Mehr als hinten, genau. Oha. Äh. Ich bin hell dran. Kurz mal aufhören. Ist nicht hell, so man. Jetzt zeichnen uns die Intensität. Abhört. Schade, dass wir das Schwert nicht gewerfen können. Dann können sie runterkriegen. Schade, dass wir die Intensität nicht gewerfen haben. Sie wurde von Ertrunkenen geschützt. Mann, sieht das wie gut. Hoffentlich willst du hier nicht im Ars rumfingern. Wir haben hier schließlich was vor. Ach, ein paar Ertrunkener. Ein Ort der Macht. Da müssen wir nicht dupen. Woher kommt das Feuergeräusch. Ich repariere sie. Soundback oder was? Schalten wir so. Genial. Oha, da kommt etwas. Manchmal frage ich mich, ob ihr drei wisst, wie das wirkt. Natürlich müssen wir durchlaufen. Triffen wir Siris große Schwester. Wartet aber gierig auf eine Chance, mit dir ins Bett zu hüpfen. Du und Yenne verspielten die Eltern. Oder... Wenn du es also durch einen Fünfer gesehen hast, da ist eindeutig kein Spaß mehr. Verdammt. Verdammt, ich bin fast tot wieder. Verdammt... Verdammt, ich bin fast tot! Dib Ukraineãos! Dib이� 굉장히 länger und sicher! DibThree zu schaffen. Wbulありがとうございます! ich will nicht sterben mit deines gleiche habe ich keine gnaden die rüstung fast kaputt hier wieder hellung 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 holy shit wir haben keine rüstungsreparatur mehr müssen wir wieder mit kaputt rüstung kämpfen verdammt wir hätten nicht hin kommen können jetzt ist er tot ja zaubererin und jetzt muss ich denn alles für dich machen siehst du den wächter der auf bezahlung zu warten scheint habe gerade kein kleingeld er will blut keine münzen das ist fjallan aus der elfenlegende liest du eigentlich gar nichts auf war das nur dich bitte sehr der kaiser muss jennefer ja unwiderstehlich finden ihn dazu zu kriegen dass er die sicherheit der loge garantiert was hältst du davon was ich davon halte das ist offensichtlich eine suggestivfrage kein gerald ich bin müde setzen wir uns und plaudern zur einstimmung legst du so viel wert auf das vorspiel legst du so viel wert auf das vorspiel sie hat dir also nichts gesagt was ist mit persönlichen plänen hat sie irgendwas erwähnt eine mögliche beraterposition neben einer jungen vielversprechenden kaiserin bleib von ciri weg sie ist erwachsen gereit das vergisst du ständig sie kann selbst entscheiden also dann weiter die leon sind und selbst gegen nicht entscheiden meinst du nicht du solltest langsam aufhören dich in ciris leben einzumischen nein wie du jetzt denkst aber dir ist schon klar dass wir nicht irgendein wolfsrudel sind dass du ihr mit dem schwert vom hals halten kannst und ob ihr das seid und natürlich kann ich das wenn es sein muss warte hier ist etwas fühlst du es nein mein medaillon lächerlicher schnickschnack dass ich nicht lache die einstimmung auf elfen magie ist etwas schwieriger als ein übel riechendes monster zu erschnüffeln sieh hier ah ja aha dann ist der sonnenstein hier steh nicht rum und guck doof versuch lieber die spiegel zu bewegen die spiegel bewegen die spiegel sind die spiegel sind du bist aber ziemlich eingestürzt okay ist Der ist jetzt noch total tot als tot. Ich werde noch meditieren können, ob das so ist. Trank aus Zirnavia, okay. Krieger der Jagd, okay. Stahlwaffe von 133 bis 237 Schaden. Nicht schlecht. Das sollten wir vielleicht mal nehmen. Jetzt 2. Na gut, das macht es fast ein bisschen besser. Segen-Sidentität. Einfrieren passt gut zu einem Schwert. Ah ne, wir nehmen das mit dem. Jetzt 2 Zwergenklinge nehmen wir lieber. Das war weniger Schaden, aber ich hatte auch Chancen auf Bluten und Chancen auf Vergiften. Das ist halt insgesamt dann doch durch besser. Was es die Rüstung angeht, mache ich mir Sorgen. Ach, 50 Prozent. Das ist ja... Schwert auf jeden Fall zu Prozent. Na ja. 374. Das wäre dann wohl das nächstbeste Silberschwert. Okay. Äh... Dada-dum. Jetzt will ich wieder zu ihr aufbrechen. Zu Philippa. Okay, aber was bringt's? Das wird keines Rätsel, was wir lösen sollen. Wahrscheinlich auch wieder ein Geist, das es beschützt. Oder nicht. Aha. Da jetzt hoch. Gut, kommen wir da jetzt damit. So. Oh, ein Geist. Sehr schön. Was haben wir hier? Ein Trank. Aha. Ah. Da drüben müssen wir hin. Okay, jetzt weiter. So. Endlich. Aha. Du musst weg. Jetzt wirst du mir erzählen, warum du den Sonnenstein viel dringender brauchst als wir. Und dann verwandelst du dich in eine Eule und zisch. Keine Ahnung, wo du diese lächerlichen Ideen hernimmst. Zieris Sicherheit ist mir jetzt am wichtigsten. Aber ich will mit dir über die Zukunft reden. Meine Zukunft. Ich wäre unbesorgt. Der Kaiser hat gewiss. Der Kaiser hat gewiss Pläne mit dir. Lass die Witze und hör mir genau zu. Sobald wir die Jagd besiegt haben und Ciri in Sicherheit ist, wird Yennefers kometenhafter aufstieg am kaiserlichen Hof ein jähes Ende finden. Pass mir wunderbar in den Kampas. Ich bin an einer Wiederbelebung der Loge nicht interessiert, wenn ich nicht die entscheidende Stimme habe. Und das erzählst du mir, weil? Wenn ich irgendwas weiß, dann, dass du mit Ciri aus der Hintertür schlüpfen und in die Wildnis verschwinden willst, sobald wir die wilde Jagd besiegt haben. Stimmt's? So, das will ich nicht. Sehr romantisch. Aber vielleicht solltest du nicht dem Mädchen das Leben zerstören, sondern Yennefer mitnehmen und gehen. Oh Gott, nope. Triss könnte was dagegen haben. Ah, richtig. Dann gib Yennefer doch einen freundlichen Rat, ja? Auf dich wird sie hören. Noch mehr weise Worte, oder können wir gehen? Du kannst gehen. Ich weiß, dass du zu tun hast. Ich will nicht allein zurückfinden. Und schon hat sie hier, und hat sich in der Öle verwandelt. Lass einfach nach wissen, dass alles bereit ist. Jetzt müssen wir aus der Höhle raus, an der Toll. Hat jemand eine Fluchtseil dabei? Wieder ein falsches, wieder ein falsches Spiel. Wir müssen ohne Fluchtseil herausfinden. Das ist leider nicht Pokémon. Wie sind wir hier hin? Wie sind wir hier reingekommen? Wir kommen mal wieder raus. Oh nein. Ich hab's schon befürchtet. Dass wir hier wieder kämpfen müssen. Wir gehen hier nicht drauf. Und dann nicht selbst wenn ich da ist. Schwert ist schon fast kaputt. Verdammt. Ist das nicht zu schwer, oder was? Sieht so aus. Einmal meditieren, bitte. Oh, wir haben einen Punkt. Das vergeben. Nöte 7. Okay. Dafür brauche ich noch einen. Okay, dann warten wir mal. Es scheint dann, dass das dort frei ist. Habe ich Bock drauf? Ähm. Inventar. Da müssen wir vielleicht was loswerden. Schrauben. Stahlwaffe. 473-211 Schaden. ja auch nicht schlecht und wenn er kaputt geht müssen wir mal und es trotzdem ein bisschen was los werden die hier vielleicht in der mütze ok hier ist eine sattgasse oha da liegt es sind wir gleich wieder zu schwer 102 rüstung 137 rüstung bei beiruts kleid jetzt haben wir ein blaues die kleinen nebenräumen rein zu gehen die frage ist aber wie kommen wir jetzt hier wieder raus maybe hälschlank Gut, wer ist, hätte man sich den Weg gemerkt. Das war doch hier der Portalraum, ja, natürlich, war ich vielleicht so schon richtig. Ich lasse jetzt einfach immer die neuen Rüstungen an, ich denke, das ist eine gute Taktik. Wir sind weit besser im Kampf, wenn das schadet, nicht besser geschützt werden. Ich glaube, hier müssen wir lang, wenn er auf einem Kreis kommt. Hilfe, ich komme hier nicht mehr raus. Geht's hier vielleicht noch aus? Da gibt's zumindest Geister. Verdammt! Das ist echt gut! Verdammt! Im Spielstand haben wir noch nicht die Rüstung, da haben wir die doch gespeichert. Hoffentlich. Ich hoffe, da rauszukommen, dass die Zauberer, das wird ein Albtraum, ein eigenes Abenteuer. Ne, der hat noch seine... Das finde ich aber jetzt traurig. Ähm... Wo haben wir die jetzt gefunden? Ich würde... 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 Ich suche jetzt nochmal die Rüstung. Dann machen wir nochmal einen Safe Point. Dann machen wir nochmal einen Safe Point. Dann machen wir nochmal die schöne Rüstung. Ja. Dann machen wir nochmal die schöne Rüstung her. Und dann eben rum, Bowser. Oh! Der Schein. Stimmt hier waren noch ein paar Geister. Die die Rüstung geschützt haben. Rüstung... 150 gerüstung jetzt ist es sogar schon 150 so kurz mal zählen setzen ja stimmt wieder zu schwer Was haben wir weggerufen? Hier die mittlere Reihe. So, wir rücken das hier raus. Hier kann man wieder hin. Schön über den Stein gesprungen. Es kann auch schief gehen, wenn man über so einen steiler Knie springt. Ich glaube, hier waren wir. Mal ein bisschen meditieren. Der ist auch noch ein k Geist. Das ist die Stärker. Was bedeutet das, was wir uns trotzdem zu lösen? Das ist die Stärkung. Wir fahren und mehr. Das ist die Stärkung. Wir fahren, wir fahren und mehr. Das ist die Stärkung. Der ist die Stärkung. Der wird wieder höher sein. vorbereitet sagte er in dem falschen zauber weiter 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 steht da so eine säule im weg freudig hier als was tust da kann ich klettern gelangen dürfen wird wunderbar eine schande was ist denn das hier meine fresse aufklärt nimmt auch den speicher um ja